mein youtube ich zog jetzt mal ein bisschen solo versuche euch ein geiles gameplay zu erspielen sehen wir uns in der runde gleich so jungs der bus start über flash ein bisschen voll die traurige route also gehen wir mal salty vielleicht ein bisschen high kill round wie ihr den chef kennt salty baumhaus baumhaus ist das einzig wahre leute ok ok 23 vielleicht drei leute kommen mit 3 ist hier geht auf kiss gell aber er schreckt sich keine also ich nehme wirklich wirklich alle möbel mit weil im early game ohne materialien bin ich immer los denn hier ist viel mehr ein glück spiel wer besser fährt person peak so der gewinnt dann im early game hier das ding muss man hat genug materialien für halben bauch so also der luch ist eher ziemlich geil also die piste bilden sich dann immer als ar wenn ich keine arre bis zum macht muss ich sagen auch gut damit auch gott was geht bei die ist jemand die was machst du ja baut hier so ein scheiß teil auf für bis sich das unter mir schweiß auf den kommt die nicht hoch lecker ganz lecker als hier hast du Ok, da habe ich Schiss gehört, das ist mein Einbauer. Lief ja nochmal gut. Gut für den Anfang. Gut genug zumindest. Alle Materialien sind wieder, ciao. Seht ihr, ich habe alle Materialien mitgenommen, die ich finden konnte in dem Scheissgebäude. Da habe ich schon keine mehr. Damit der Dessertfreund mir so einen Hit gegeben hat da. Also Jagdgewehr läuft. Zwei von zwei Hits. Da ist der Loot noch rum. Alles klar, danke Laptop, dass du... Was ist los? Ha! Sieger! Geh, Motherfucking. Geh. Gib mir ein Jagdgewehr. Und die Lobby gehört mir. Alter, ich weiß nicht... Also in letzter Zeit finde ich das Jagdgewehr unnormal geil. Richtig geil. Zum Quickscopen. Macht gut Damage. Ups. Das war jetzt unnötig gewesen. Das ist alles an Blut. Das ist alles an Blut. Das Materialien... Das ist alles an Blut. Ich bin nur nicht gesnipet, ja. So... So... Das ist auch das erste Live-Commentary... Also... Ich habe immer Live-Commentary suchgeladen, aber halt... nie bewusst. Sondern halt... einfach runden aus dem Stream. Von Twitch auf YouTube exportiert. das ist jetzt die erste wirkliche nur für youtube aufnahme ich mache ich weiß nicht da unten ist eine blaue pampel mit der tactik läuft gerade auch gut ja kommt jemand karten luftdruck geöffnet das ist also hier sind auf jeden fall gegner ja wie soll ich mit ihm jetzt machen ja ciao da fliege ich auf cross map im felsen drin war noch jemand also ist jemand reingeflogen oder drunter rumgeflogen bin ich mir auch nicht sicher gehen wir einfach mal hin ich auch noch gut und her ich wusste dass er da rein geht die scheiße nehme ich nicht mit ich mache nichts außer probleme ich 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 Vielen Dank.